Hallihallo, hier ist wieder mit SpontXZipfeln, ein Fummelzi, jetzt gehts weiter mit Skriptechanek-Survival-Teil Wunder 34, genau. Es hat wieder eine Edge, richtig schön nach der Seite. Und das steht wieder nicht. So. Das war aber schön. Nervster Boom, nervster Boom. Was ist das? 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 Das ist das? Ja, mach ich jetzt da. Okay. Genau. Neh. Das ist falsch. Das ist richtig. Okay. Das ist völlig egal. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Okay. Ja. Hm, kann ich was essen? Okay. Okay. I'm almost right there. I'm still in the office. Should I find something? No. Okay. 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 Das war's. Das war ja. Das war's für heute. Verstehst du den Arm hier? Der ist dann in der linken Gesnt. Et dann geht's mal. Der ist dann hier. Okay! Dann haben wir einen Lobby-Club-Räumen. Und einen Lobby-Club. Dann brauchen wir hier einen Schalter. Dann brauchen wir hier die Lampen. Oh, Lampen, gerade mit Lampen. Dann brauchen wir die 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 Lampen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, tab, 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 and steve one. And steve one. Okay. 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 Nein. Nein. Okay. 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 Das war's. Oh ja, man, it's secure. Okay. And slide high, and slide high. Okay. Okay. So, let's go. Okay. Okay. So, let's go. Okay, let's go. Okay. 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 Die erste Verschlandung löst. 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 Und das ist das. Und das ist das. Okay. Das wäre überlebig. Machen wir dann hier nochmal eins hin, oder lassen wir das? Diese Wasserdinger brauchen wir nur noch drei Stück. Nein, die hier total verfüllt hat. Oh, nein, die hier total verfüllt hat. Okay. Die Nahrung wird in hier reinhauen. Und schon. Da oben haben wir das rein. Hier haben wir ein paar Brotzeug reinhauen. Also, die Kieler sind nicht da. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Dann haben wir die Kieler. Das ist ja auch. Und noch 3 Punkten fahren. Man hat mir sage hier nicht, was ich hab, oder muss ich mal auf die See fahren für uns? Ist ja eigentlich egal wie gesprungen es aussieht. Was ich verletzt auf dem那個ới, ist das? Ich würde sagen, was ich angehen? Ich würde sagen, was ich nicht mal so. Ich würde sagen, was ich schon mal so mitmachen. Ich würde sagen, was ich auch schon wieder sehe, was ich nicht so. Ich würde diesen Ausdruck einfach so über eine Enteавung. Na gut, von der Hause, was mit hier ist, das wird nicht schwer. Wir pumpen nix, einen Wasserballon brauchen. Wir brauchen auch nicht wieder. Wir brauchen auch nicht mehr. Wir brauchen auch nicht mehr. Wir brauchen noch mehr. Oh, das war ein... Oh, der hat mir noch einen Fall genommen. Ja, ich würde die Kopf einsammeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung, 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 Achtung! Aber ich mache jetzt auf den Kuss und bye bye, euer Milzi.